Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 10. August. Heute dabei Samsung, Uber, Facebook, Google Cameos und Anchor. Ja, das große Event gestern war das große Samsung-Event. Denn wie erwartet hat Samsung da logischerweise das Galaxy Note 9 vorgestellt. Tja, ist natürlich schöner, besser, schneller, bessere Kamera, tralala. Was soll man dazu sagen? Der Stift, also der Samsung S-Pen, der kann jetzt via Bluetooth LE als Fernbedienung benutzt werden. Zusätzlich haben sie noch die Galaxy Watch vorgestellt. Das ist eigentlich der Nachfolger der Galaxy Gear, also die Smartwatch von Samsung. Und ja, die kann jetzt auch ähnlich wie die Apple Watch auch via LTE neutral von einem Samsung-Device betrieben werden. Dann gibt es noch das Galaxy Home. Das ist, Überraschung, ein smarter Lautsprecher, der natürlich ganz tolle Klangqualitäten hat und mit dem Assistenten Bixby entsprechend auch ein Smartroom steuern kann. Ja, also all das, was man sich eigentlich schon denken konnte. Und wenn ihr da wirklich Lust drauf habt und keinen Bock habt, euch wirklich eine Stunde, 40 Minuten oder wie lange das Ding ging anzugucken, Dann habe ich für euch einen Link in den Shownotes, denn da ist das Gesamte von Engadget auf 12 Minuten komprimiert. Und da bekommt ihr alles mit zum Samsung Galaxy Note 9, zur Galaxy Watch, zum Galaxy Home und auch den Zusammenarbeiten mit Fortnite, also Epic und dem Spiel Fortnite und auch Spotify. Und wie das alles in dem Ökosystem von Samsung zusammen funktioniert. Also schaut es euch an, der Link ist in den Shownotes. Kommen wir mal zu den anderen Themen jenseits von Samsung. Uber. Uber möchte ja mit Uber Air auch Flugzeuge, Luft, whatever, Taxis etablieren. Und das in Dallas und Los Angeles und Dubai. Und um das wirklich bis 2023 hinzubekommen, haben sie es bekannt gegeben, dass sie dafür durch Uber Elevate mit der Universität of Texas at Austin und der US Army Research Laboratory zusammenarbeiten werden. Damit werden sie versuchen, entsprechend diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Lufttaxis, wirklich an, nicht an Bord, sondern in die Luft zu bekommen. Also so ist es ja wirklich. Und in den drei Regionen dann damit zu starten. Also schauen wir mal, ob das wirklich was wird. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant, erst mal sehr spacig. Aber bei vielen anderen Sachen hätten wir auch gedacht vor zwei, drei Jahren irgendwie, mein Gott, gibt es das und dann gab es das auf einmal. Also würde mich so ein Uber Taxi jetzt gar nicht mal großartig wundern. Nächstes Thema, Facebook. Die haben ein neues Produkt und zwar Mentorships. Also Mentoren, sprich Leute, die andere Leute unterstützen und in was weiterbringen, schulen. Dieses Programm gibt es jetzt innerhalb von Facebook, wo Facebook versucht, Leute zusammenzubringen, die entsprechend anderen Leuten was beibringen können. Und das werden die jetzt versuchen, im Rahmen von Facebook Gruppen zu machen. Und Facebook Gruppen, ja, das ist halt wirklich ein Riesenthema, was wirklich oft am Mainstream vorbei geht. Aber mittlerweile sind die 200 Millionen Menschen stark, diese Gruppen auf Facebook. Und entsprechend wird es da auch genug Möglichkeiten geben, um Leute zusammenzubringen. Sprich, dass der eine als Mentor für eine andere Person agiert. Und das ist eine schöne Sache, eine sehr positive Sache. Und ich bin gespannt, wie sich das auf Facebook entwickelt. Google. Google hat jetzt eine neue App rausgebracht und zwar Cameos. Das ist eine videobasierte Q&A App, also Q&A, Questions and Answers, Fragen und Antworten, mit der Prominente die meistgesuchten Fragen im Internet, auf Google logischerweise, beantworten sollen. Und zwar beantworten, mit kurzen Videos. Also wenn man jetzt wirklich eine Celebrity ist, ein Prominenter, dann geht man in die App, sucht sich einfach die Fragen raus, die halt auf Google gesucht werden und beantwortet die mit einem Video. Und das wird Google dann hinterher in die Suchergebnisse mit rein integrieren. Klingt schon sehr speziell und ich glaube nicht, dass das wirklich so eine lange Lebensdauer haben wird. Warten wir mal ab. Eventuell wird es ja auch von Google gesponsert und ein paar Prominente machen dann da mit. Und dann sehen wir, was da rauskommt. Eine andere App, die in den letzten, ja, knapp anderthalb Jahren wirklich Aufwind bekommen hat, ist Anchor. Anchor ist eine App, mit der man podcasten kann und zwar relativ einfach, direkt vom Smartphone aus, kleine kurze Podcasts, ähnlich wie, ja, wie einen Radiosender mit kurzen Episoden in die Welt schicken. Und wie gesagt, sehr populär und vereinfacht die Sache wirklich als Einstieg für viele Leute, die einfach podcasten möchten. Und die haben sich jetzt entschieden, auch Podcastern zu helfen, in dem Sinne, dass sie die Monetarisierung von den Podcasts auf Anchor ermöglichen. Dabei gehen sie das gleiche Modell wie Patreon, sprich halt Leute geben dann einfach Geld, wenn sie halt einfach den Sender gut finden und unterstützen möchten. Und das kann man jetzt dann demnächst, sofern man es aktiviert, direkt aus Anchor seinen Zuhörern zur Verfügung stellen. Und die können dann 99 Cent, 4,99 Dollar oder 9,99 Dollar im Monat an den jeweiligen Podcaster überweisen, über die App und ihn damit unterstützen, damit er einfach weiter podcastet. Interessante Sache, muss mal gucken, wie sie es entwickelt, gerade diese, ja, Patreon und Flatter, diese Varianten, um halt mit kleinen Geldbeträgen Inhalte zu unterstützen, sind jetzt in der Vergangenheit nicht so einfach gewesen. Ich finde es prinzipiell immer noch eine gute Sache. Ich unterstütze auch gerne via Flatter, ja, Leute, Autoren, Podcaster, die interessante Inhalte ins Netz stellen. Und vielleicht wollt ihr das auch machen, dann guckt es euch mal an in Anchor. Ja, und das war es dann auch schon heute für den Freitag. Ich wünsche euch wirklich einen tollen Tag. Gegebenenfalls habt ihr Urlaub oder ihr habt Ferien. Und wenn ihr das nicht habt, dann steht ja das Wochenende an. Und ab Montag wird euch der Martin dann mit den News versorgen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.